hallo und ein recht herzliches willkommen auf meinem kanal hier ist mal wieder euer maximus begrüßt euch und es gibt mal wieder ein paar news zu berichten zum eurotraxion unter 2 und dem zukünftigen baltic dlc und zwar geht es um die fährlinien und zwar die baltic ports wo wir unsere lkws auf die fähre transportieren und das ganze umland wie es alles gestaltet ist und da gibt es auf jeden fall neue bilder und die würde ich euch einfach mal ein bisschen zeigen und falls euch irgendwas auffällt dann könnt ihr es gerne nach rauf oder reinschreiben in den kommentaren ob es da irgendwas nur es gibt gut ja hier sind wir erstmal das erste bild ja erstmal natürlich wir die polaris lande immer wieder die gleiche zu sehen aber naja da wird die mod community bestimmt irgendwann mal was anderes reinbringen bei den tankauflegern da sieht man schon mal eine andere firma würde ich jetzt einfach mal so sagen und der trailer könnte durchaus ein wenig anders aussehen das ist ja den der uns eigentlich schon gibt aber der hier vorne sieht schon ein wenig anders aus naja ihr könnt es ja gerne meine kommentare schreiben bei solche trailer haben wir selbst noch nicht als eigene trailer vielleicht kommt das ja so gehen wir mal aufs nächste bild ja hier bevor die lkws ja zur fähre geleitet werden müssen sie erst mal erwarten bis die fähre kommt und ich hoffe auch dass auf den parkplätzen ein bisschen mehr los ist also dass mehr lkws rumstehen nur einmal einer oder zwei sondern so wie hier sieht schon mal ganz optimal aus gehen wir weiter und das ist auch wieder eine schöne sache hier könnte man sich natürlich als community im live stream im multiplayer schön treffen um irgendwelche events zu machen schickes bild gefällt mir und ja wo wird das hier sein ja weiß ich selber nicht hier sieht man irgendwas dann tal ja weiß ich kann ich richtig erkennen kann man aber sehen ja wo wird das sein also schreibt es mal rein in die kommentare hier sieht man auch mal ein schönes werk hier hinten sieht aus wie ein getreidesilowerk für ja futter für die tiere und dann hier mal auch bei der nacht ja bei den pferden ist irgendwie nichts neues hinzugefügt worden hier ist finnland und dann sieht man dass hier schweden also hier oben die fährlinie sein soll hier ist noch mal ein schönes terminal und das könnte das terminal in schweden sein wo wir schon mal waren und das sind die einzigen bilder die wir jetzt bekommen haben also ich denke mal es sieht auf jeden fall sehr sehr gut aus dass wir vielleicht das baltic cdlc vielleicht schon nächste woche bekommen alles unter vorbereiten so das wollte ich euch nur ganz gut zeigen falls euch was aufgefallen ist dann könnt ihr gerne das reinschreiben weil viele lesen sich und natürlich nochmal durch und schreiben ihre ideen noch rein und falls es noch nicht gemacht habt könnt ihr gerne ein abo da lassen mit den worten macht der maximus den fisch bis zum nächsten mal bei bei